Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, ich will ja nicht sagen, dass ich eine Brille brauche, aber ich habe eben da draußen auf der Wiese so lange einen Hasen beobachtet, bis er weggeflogen ist. Hast du mal einen Sehtest gemacht? Letzte Woche, aber meine Zahlen waren nicht dabei. Einmal die Vier- und eine Linsensuppe. Ich finde es übrigens lustig, dass Sie vorbeischauen. Mache ich doch jeden Tag. Ich meinte, dass Sie schielen. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, wenn, dann kämen für mich ja nur Kontaktlinsen in Frage. Na dann viel Spaß. Wieso? Jedes Mal diese Schmerzen, wenn man versucht, sich die Dinge aus dem Auge zu pulen und vergessen hat, vorher welche reinzutun. Aua! Hey, also wenn man beim Zwiebeln schneiden Kontaktlinsen trägt, tränen die Augen übrigens nicht. Cool. Du kennst ja den Unterschied zwischen dir und Kontaktlinsen. Nee. Bei dir ärgert man sich nicht, wenn man dich aus den Augen verliert. Und was ist der Unterschied zwischen Kontaktlinsen und einem Mann wie dir? Weiß nicht. Kontaktlinsen sind was fürs Auge. Nicht lustig. Nach 423 Euro sammeln Sie Linsenplatzpunkte, haben Sie eine Vielmann-Card oder sind Sie im Leonardo DiCaprio-Club? Leonardo DiCaprio? In seinem Film Titanic ging's doch auch um Seenot. Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.